Sobald du einmal für mehrere Stunden gearbeitet hast und es ein bisschen stressiger war als sonst, merkst du die Verschlechterung. Obwohl du eigentlich schon ein paar Stunden ausgeruht hast und es jetzt eigentlich besser werden sollte, bleibst du erschöpft oder eben es wird sogar noch schlechter. Dabei bleibt der Haushalt liegen, dein Partner ist unzufrieden und du möchtest eigentlich nur dein altes Leben zurück. Du musst doch auch irgendwas tun und dich herausfordern oder etwa nicht. In diesem Video bekommst du ein tieferes Verständnis dafür, warum es nach einer Belastung zu einer Verschlechterung kommen kann und zwar auch bei Gesunden. Ich erkläre dir und zeige dir, was bei ME-CFS besonders ist, damit du dich besser verstehen kannst, deinen Körper besser verstehst und besser darauf eingehen kannst. In einem weiteren Video erkläre ich dir dann auch wirklich, was du tun kannst. Aber wir kommen zuerst dazu, was überhaupt der Fall ist, was überhaupt das Problem ist, damit du das verstehst. Ich habe dir hier mal das Bild mitgebracht, dass viele ME-CFS-Erkrankte in ihrem Kopf haben und anhand dessen erkläre ich dir eigentlich, was unter der Oberfläche eigentlich versteckt ist, damit du das besser verstehst. Also, du hast ja im Grunde genommen irgendwo dein normales Aktivitätsniveau und dann kommt da so eine Belastung, die höher ist und die sorgt im Grunde genommen dafür, dass du nach 12 bis 48 Stunden irgendwo da eine Verschlechterung hast und zwar eine deutliche Verschlechterung. Und die kann über Stunden, Tage oder auch über Wochen andauern im Extremfall. Das ist das, was eben viele so wahrnehmen, was für viele eben so ist, was eben auch die Angst vieler betroffener ist. Also, was läuft hier eigentlich schief? Lass uns mal anschauen, wie das Modell dann normalerweise aussehen würde, denn ich finde, in diesen Modellen ist sehr, sehr viel weggelassen worden. Es ist sowieso ein sehr stark vereinfachtes Modell, also denk bitte daran, auch wenn ich dir das jetzt hier an diesem Modell erkläre, das Leben ist kein Reagenzglas. Wir sprechen hier von einem Aktivitätsniveau, was so getan wird, als wäre es komplett stabil auf einem Niveau und wir sprechen von einer Belastung. Der Alltag ist so nicht, also bedenkt das bitte auch. Um dich aber besser zu verstehen, um deinen Körper zu verstehen, hilft dieses Modell wirklich sehr. Also, schauen wir uns das an. Du hast normalerweise, wie gesagt, diese Linie, wo dein Aktivitätsniveau ist, also was du maximal tun kannst als Gesunder. Ja, dein alltägliches Leben ist deutlich weiter unten, also da ist eine große Lücke zwischen. Du kannst im Normalfall, wenn man gesund ist, auch wenn man kein Umzugsunternehmen hat, so einen Umzug von acht oder zehn Stunden oder mehr stemmen. Das ist dann deine Belastung. Und es ist normal, das siehst du auch an dem Modell, dass du müde bist, dass da eine Ermüdung kommt und dass die Belastbarkeit in dem Moment runtergeht. Dann kommt es im weiteren Verlauf dazu, dass so eine Erholung stattfindet und die ist meistens über dem vorherigen Aktivitätsniveau. Das heißt, es findet so eine Überkompensation statt. Das Ganze ist halt ein Trainingsmodell. Ja, es ist ein sehr vereinfachtes Modell, aber ich finde, es gibt eben ein sehr gutes Bild davon, wie das normalerweise läuft. Gut, dir ist vielleicht schon aufgefallen, bei dir ist das nicht ganz so. Ja, es kommt natürlich, wenn du eine Belastung hast, unter Umständen eben auch zu einer ersten Erschöpfung, einer ersten Ermüdung. Wenn du aber eine Belastungsintoleranz hast, die ja bei ME-CFS maßgebend ist, dann kommt es ja nach zwölf oder 24 Stunden oder wann auch immer, also bis 48, zu einer zweiten Verschlechterung. Und das heißt, eben die Kurve geht nochmal tiefer. Ja, was auch ist, ist, dass die Differenz zwischen dem absoluten Niveau deiner Aktivitäten und dem, was du sowieso schon im Alltag leistest, die ist einfach, wie du im Bild siehst, deutlich geringer. Ja, das heißt, wenn es da zu einer Erschöpfung kommt, dann bist du da in dieser ersten Ermüdung eh schon unter Umständen in diesem alltäglichen Bereich drin. Ja, manchmal ist es sogar so, dass dieser alltägliche Bereich sogar über dieser anderen Grenze im Prinzip drin ist, beziehungsweise dass sie deckungsgleich sind. Und dann geht es ja nochmal tiefer. Das ist das, worunter du bei ME-CFS vermutlich leidest, wo du es sehr schwer mit hast. Und auch da geht es im Prinzip nach irgendeiner Zeit wieder nach oben und je nachdem, wie hoch der Reiz war, eben entweder wieder auf das Niveau, was du vorher hattest, bleibt da drunter oder geht etwas höher. Ja, auch hier hast du eben diese Welle verschoben ist es eben an verschiedenen Stellen und das ist einfach wichtig, um sich bewusst zu machen, weil darauf kannst du reagieren. Gerne möchte ich das nochmal eben für dich zusammenfassen. Also, bei ME-CFS haben die eine Studie gemacht, die haben herausgefunden, dass die Erholungszeit voraussichtlich nicht, wie bei gesunden Menschen, irgendwo bei 48 Stunden liegt, sondern länger ist. Und zwar unter Umständen massiv länger. Die haben eine kleine Gruppe genommen und da war das Längste, was sie gefunden haben, 64 Tage. Im Schnitt lagen die bei zwei Wochen. Das heißt, diese Erholungsphase ist verlängert. Du hast eine Belastung und erst nach zwei Wochen im Schnitt, also vielleicht bei dir bei zwei Tagen, vielleicht bei vier Tagen, vielleicht bei zehn Tagen oder eben darüber hinaus, da ist irgendwo deine Erholung abgeschlossen. Das ist das Erste. Dann das Zweite ist, dass du dieses Aktivitätsniveau, deiner maximalen Möglichkeiten hast und eben deine alltäglichen Belastungen. So, normalerweise ist hier ein großer Unterschied, wie du im Schaubild ja auch vorher gesehen hast, wie du jetzt siehst. Jetzt ist es enger beieinander oder deckungsgleich. Dadurch musst du natürlich, wenn du bedenkst, dass es eben natürlich ist, normal ist, immer ist, dass die Ermüdung kommt, musst du natürlich damit rechnen, dass die Aktivitäten, die du machst, weniger sein müssen. Damit dein Körper in diese optimale Regeneration überhaupt reinkommen kann. Dazu gibt es eben zwei Stufen nach unten, die das eben erschweren. Wenn du die Aktivitäten hochlässt, dann grätschst du mit dem, was du tust, in die Regeneration rein. Ich hoffe, ich habe das recht einfach erklärt. Deswegen mache ich auch extra zwei Videos zu dem Thema, dass du erst mal verstehst, okay, was ist überhaupt das Problem? Und dann erzähle ich dir im nächsten Video gerne, was du jetzt tun kannst. Ich wünsche dir, dass es mit dem Wissen bei dir, mit Bewegung wieder läuft. Ich denke, dass Training und unter Training verstehe ich, dass es wirklich eine Strategie hat, die eben aus drei, bei ME-CFS auch gerne vier Komponenten steht, dass es dir eben helfen kann versus man macht irgendetwas. Ja, schau dir einfach das nächste Video an, wenn du mehr wissen möchtest. Ciao.